ich dachte das geht auch mit dem Eilersprung weißt du ja du hast gesagt keine Ahnung was ist jetzt damit was das für eine Bedeutung haben soll das ist nein ich meine ich hätte nie gedacht dass man hier einen Doppelsprung machen muss das heißt das Schild der Zipfer ist so überflüssig weil es klar ist ich war da wieder an der Hachmann und das zweimal 1 heißt zwei Blöcke weit und ein Block hoch so das hier sind dreimal drei Blöcke weit aber ich hab den Dreh raus ich verkackt hat voll aber wie du den Dreh raus hast ich habe auch mal hat man muss ein bisschen nach rechts gucken damit man nicht so an die Wand hängen an der Wand hängen bleibt da kann man besser sprinten oh ihr werdet euch freundet war nämlich noch nicht alles 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 aber hier kann man abkürzen hier kommen total abkürzen mach ja auch mal eine Fackel mach mal Tag quasi da muss ja keine Fackel mach einfach Tag bitte ja ja endlich mach Tag ich bin ja ich bin jetzt so lange ja nein 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 hier kann man du kannst eh Flo du kannst du sofort an die hier dran springen oh guck guck ja okay ich hab's gesehen oh Mist jetzt will ich es einmal machen und dann klappt es nicht gibt doch nicht gibst du nicht ja ich brauche das aber nicht dass es wird zu schwer auch Gott doch hier verliert sie ist das einfach alles schafft mit Schraubach und Juli und der war der Fall schon vorgelesen hat da aber auch Jürgen der Börse das ist ein bisschen schwieriger und vorher wo es sich im letzten Moment das war jetzt einfach das war nicht so einfach ich glaube das soll auch gar nicht so einfach sein Gott so der ist schwer hier ja geschafft wohin ach so oh Gott wenn du den nicht schaffst fühlst du ganz runter oh Mist wer soll der denn hier gehen nein das ist ganz runter wo auch die Koppel auf die Lied dann drauf die Koppelig aber auch was hat auch zu schlauern die Karte dort bekommen drauf springen und Gott Nein Einmal war ich drauf und dann hab ich verkackt, ey Mann Scheiße Jetzt kommen wir wieder hier, ich darf So, zwei, zwei Nein Boah Boah Boah, das passt gerade echt zu dem Lied, was ich gerade höre, ey Super Boah, ey Nein Was dummes Das Arschloch hat diese Map erstellt Du meinst, diese Challenge Die ist eigentlich ganz gut, aber die Challenge Bist du fertig passiert oder bist du runtergefallen? Nein, ich bin runtergefallen Du hättest schon gesagt, dass ich fertig bin Ey, diese Challenge ist ja mal vollkacke Nein, 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 oh Gott Ja, das ist eine Herausforderung Ja, wie soll man da hinkommen? Also ich und Flo waren beide schon einmal drauf Nein Nein Wie kommt man denn da hin? Springer Hier drauf René, auf den Alter Dann da drauf Oh Gott Boah Nein, nein, da Nein, nein, oh Gott, nein, oh ganz nach unten Nein Spann drauf Naja Naja, es ist aber nicht mehr so schwer auf die anderen Sachen zu kommen Ah Man muss einfach wirklich am Ende springen Voll, jetzt bin ich forever alone, weiß, wie wir beide jetzt nicht schaffen, Flo Ist so Wie habe ich gesagt, dass es eigentlich einfach ist Keine Ahnung Nein Ich glaub's jetzt nicht Was geht? Ey Hey Sorry Ja 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 Nein Nein Yes Yay Nein Ja Ja Nein 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 Ja Nein Nein Ja 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 Nein Nein Ja Nein 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 Boah, ich sag nur doch nein Uhu Ja Nein Ja Ach, scheiße Nein Ja Nein Ja Ja, endlich Nein Hast du es geschafft? Nein, aber Also Ja Oh Gott Scheiße Scheiß die Wand an Nein Bunny Hopp Ja, endlich Boah Woll ich dich mal hier runter schlagen? Ja, geschafft Woll ich dich mal da runter schlagen? Nein Ich hab doch ganz freundlich gefragt nur Oh, pass ich gleichzeitig, ne Okay, wer will zuerst? Ich nicht Ich nicht, ich nicht Wir gehen zur Seite, wir gehen zur Seite Achso, oh Gott, ich dachte schon Du wirst auf mich drauf Und jetzt? Hier drauf, ne? Ja 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 Oh Oh Gott Ja Oh, ist der schwer Ja Oh Pasi, der ist scheiße Hier fällt man Geschafft Hier fällt, okay, es könnte sein, dass man hier nicht ganz runterfällt Scheiße, fahre sie perfekt an Nein Oh Boah, ich bin wieder beim ersten Ja, geschafft Nein Oh Gott, ich bin wieder hier unten Checkpoints Oh Oh Oh, das nächste, der mir wird euch gefallen, Leute Ich sag's genauso Nein, ich weiß, dass es nichts ist Darf ich raten? Ja Nippelsprünge Ja Boah, ich wusste nicht Nein Okay, passi, du kannst es schaffen Aber Nippelsprünge sind nicht so kacke wie die, ey Hey Du hast nen Freund in mir Ja, nur Jani Ja, nur Jani Hm Was sag an I? Du hast nen Freund in mir Ja, was n Ja, was n Ja, was n Sind wer so keine Freunde, oder was? Hier beliebiges Geschlecht Ja Ja Mann Ja Ey, ich pack das nicht mehr, ich pack das Ich hab's geschafft Ja, hab ich gesehen, Pasi Wann musste nochmal gehen? 43 Wie 43? Jetzt kommt 43 Ja, ja, ich kann Ich hab' auch mal Ich hab' auch mal, wann musst du gehen? Nein, ne halben Stunde Okay Das ist easy Also René, du hast noch ne halbe Stunde Zeit Bis ne Stunde Boah, ey Könntet auch mal hier hinkommen, da komm' ich mir nicht so allein vor Ich bin nur da Komm, ich mach' dir mit dir nochmal Nur in dem In dem Grund, dass ich im Gamer bin Ich mach' das nicht normal, kein Bock Boah ey Das wär' echt zu scheiße Ich ess' jetzt ein Stück Schokolade Hm Es ist viel leichter, wenn man nach unten guckt Mhm Ich hab' die schon wieder geschafft Ja, schön, Pasi Mach' nochmal Ja Ja Boah Was ist Boah 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 hat vielleicht die Sprünge auf einmal sind nur in der Saison und der letzte ist immer noch schwer auch in die restlichen Sprünge und kriegt was soll denn es gehen eigentlich noch mal darstellen wessen war feiner meiner Prozent gar nichts einfach nur blau okay aber das auch schwarz ich wette es ist ein blaues Ton das ist ein dunkelblau und das auch noch grau es ist ein dunkles blau aber das grau ja das in meine Augen oh yeah 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 wieso schaffe ich nein der Checkpoint hier ist unnötig ja ich komme hier nicht mehr hoch ey ich schaffe das dann nicht mehr er hat sich aufgeben es ist halt eine Fresse wenn du es nicht mehr schaffst dann kannst du es recht aufgeben das war nur ein gut gemeinter Tipp aber dann kommt da wieder ein René aufgeber Omega Planner schildern hab ich dir eine Challenge eigentlich aufgegeben ähm nein du hast noch keine aufgegeben oh okay ich dachte ich hätte dir eine aufgegeben Alter komm doch mal hier hin ich bin ganze Zeit hier du schlau Kopf ich bin ich sehe ich da gar nicht ich bin im Swimmingpool ja aber die Sicht ist gut so sieht man wie du verkackst und jetzt bin ich unsichtbar auch das Öde warte hier hier ist noch eine bessere Sicht oh endlich ja klar ich wechsle die Sicht und packst ja los René nein oh René du Lappen gar nicht lustig ja warum lachst du dann hab ich nicht sie hat schlapp gelacht nein ja klar nein ja jetzt René los ja oh na Alter oh Gott ich schaff den einfach nicht ich hab den einmal geschafft das war du musst nur drei Wörter sagen René nein äh jetzt fängt an mit ich ja okay Paris halt die Fresse so 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 ja okay Paris bisschen nervig los René so ja so 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 oh 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 das ist der Nervigste ey boah wie behindert das aussehen muss um ab ich weiß nicht wie ich dir machen soll erwartet ich weiß es also muss ich werde es wahrscheinlich verkacken aber die Mordes was bringt du musst hier lieber kurz einen Raum da du musst hier du musst so gerade aus eigentlich abspringen aber dann nach links gehen so verstehst du und wie gesagt ich habe verkackt irgendwie so muss das schaffen nein so wird sich ganz gut gefallen kleiner checkpoint ach nein jetzt wieder hier ja dass das nicht schon schwer genug ist ne ne der muss auch noch schräg gehen du mal Wichser Gott nicht nach kurzem das ist so doch nein Prozent jetzt ist er ganz auch hallo war also wenn ich gleich noch mal da oben bin und verkacke dann gebe ich auf ich habe jetzt ich gleich noch mal diesen diagonalen Sprung verkacke und irgendwo hängen bleiben noch mal zum Ausglück dann gebe ich auf Fakke auch du kannst es schaffen du musst nur als ich glaube in Kampo Kosti ich bin kein Pokémon ist auch die Idee später drauf Pocke